Und wieder ein wundervoller Tag in Plakias auf Kreta und wir haben Hunger. Wir wollen in die Stadt fahren, in die Ortschaft Plakias, circa zwei Kilometer entfernt von unserem Wohnwagen, von unserem Grundstück. Und heute gibt es mal ganz einfach Gyrospita, ganz hervorragend. Das kann man nur empfehlen beim Corner, dort gibt es das beste Gyrospita. Da fahren wir jetzt hin. Aufsitzen anlassen. Und los geht's. Ja. 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 Hehe. Ja. Untertitelung. BR 2018 So, und da hinten sieht man schon Suda, Suda Bay, Arschmond, Plakias, Plakias, da hinten ist Plakias. Also, jetzt kann man zu Fuß gehen, oder man kann mit dem Radl fahren, oder mit dem Moped, mit dem Auto. Unten ist der neue Hafen. So, jetzt geht's. 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 So, jetzt geht's.